Ja, so wie ich gerade mitbekommen habe, hat man hier einen Abgeordneten zu Boden gestoßen. Und mal gucken, was jetzt mit dem Mann passiert. Das ist ein bisschen Anfangsverdacht gegen den Behandlung wegen der Verletzung. Wenn Sie gerne die Reaktionale, wenngleiche die Reaktion. Von welchem? Von welchem? Von welchem? Von welchem? Von dem! Von dem! Von dem! Von dem hier! Ja, ja! Ich brauche, dass ich von Ihnen nicht angekündigt bin. Ich hab gesagt, Abstand halten! Ihr habt gar nichts gemacht, wie gesagt! Natürlich! Wir haben es gelogen! Der Livestream war dabei! Also, haben wir ja gesehen! Haben die Leute live auf CastorTV gesehen den Übergriff? Erzählt doch keinen Mist! Okay! Sieben, Benni! Vorschein! Nee, Erich! Ich bin entspannt. Ich glaub, ich bin schon drauf. Ja! Und wieder! Ja! 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 Egal an welcher Ecke ich stehe, überall gibt's Polizeiübergriffe. Da war gar nix! Gar nix! Gar nix! Gar nix! Gar nix! War gar nix! Gar nix! Gar nix! War nix! Gar nix! War nix! War nix! War nix! Also, ich stand hier mit dem Livestream drei Meter daneben! Das haben die Zuschauer alle gesehen, was du gemacht hast! Ja, klar! Gib sie mal mal deine Sachen!